Kennen Sie das? Als Unternehmer oder Projektleiter beginnen Sie mit einem neuen Projekt und keiner will mitarbeiten? Keiner glaubt daran, dass Sie ans Ziel kommen können? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich bin Experte für das Thema Projektsteuerung. Ich helfe Unternehmern und Projektleitern dabei, ihre Projekte immer erfolgreich und effektiv umzusetzen. Und das mit einer einfach einzusetzenden Methode. Und genau die, die werde ich mit Ihnen teilen. Damit Sie in Zukunft wieder mehr Zeit für Familie, Hobbys und natürlich auch für sich selber haben. Und das mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. Das Beispiel, das neue Projekt oder das Projektteam. Die Ausgangssituation. Ein Coachingkunde von mir wurde beauftragt von einem großen Unternehmen, neue Technologie in das Unternehmen einzuführen. Der Vorstand hat dazu Bereich A auserkoren, dieses Projekt zu, ja, durchzuführen. In Bereich A wurde da ein Senior Manager als Projektsponsor benannt und dieser hat unseren Projektleiter angeheuert. Sehr schnell hat der externe Projektleiter gesehen, dass es hier bereits Aktivitäten gibt. Das heißt, das Projekt wurde bereits vor zwei Jahren gestartet. Es gab Dokumente, die gezeigt haben. Es wurde bereits vor zwei Jahren mit möglichen Lieferanten gesprochen. Es gab auch ganz konkret schon Angebote von verschiedenen Lieferanten. Man sieht also ganz klar, hier gab es schon einiges an Aktivitäten. Auf der anderen Seite gab es aber keine Projektdokumente. Das heißt, es gab keine Projektpläne, Zieldefinitionen, Meeting Minutes. Es gab auch kein fest definiertes Projektteam. Der Projektsponsor selber sieht das Projekt als nicht besonders schwierig an und erwartet, dass es innerhalb von neun Monaten umgesetzt wird, obwohl, wie gesagt, seit zwei Jahren nicht besonders viel passiert ist und es auch kein Projektteam gibt. Aus seiner Sicht muss ganz einfach die Peitschenmethode eingesetzt werden, um mit dem Druck, es ist ein Vorstandsprojekt, andere Bereiche, die man zwingend dazu braucht, überzeugen kann, mitzuarbeiten. Leider hat auch unser externer Projektleiter sofort in dem ersten Lenkungsausschuss-Meeting gesehen, dass das reine Theorie ist, denn Bereich B, der auch im Lenkungsausschuss vertreten ist, hat ganz klar gesagt, so wie das Projekt da herumdümpelt seit zwei Jahren, warum sollten Sie hier auch irgendwelche Arbeit investieren. Auch wenn es ein Vorstandsprojekt ist, Sie haben es nicht zu vertreten und wenn der Vorstand Sie fragt, können Sie ganz klar sagen, da ist seit zwei Jahren nichts passiert, wenn wir da jetzt Zeit reinstecken, warum? Und genau in dem Moment hat sich mein Coaching-Kunde dazu entschlossen, mich anzurufen, dass ich ihm Schützenhilfe geben kann. Mit meiner Projektsteuerungsmethode Bridging for Motivation gehe ich immer drei Schritte durch und zwar erkennen, entschlüsseln und lösen. Das heißt erkennen von Symptomen. Um zu wissen, was genau alles passiert, ist der Projektleiter, der externe Projektleiter in den Bereich B gegangen und hat mit den Projektteammitgliedern, den zukünftigen, einfach gesprochen. Und die haben ganz klar gesagt, lieber Projektleiter, ja, wir sind benannt, wir würden auch gerne mitmachen, aber wir haben viel zu viel am Schreibtisch, wir haben viel zu viel zu tun. Das heißt, wir machen mit, aber wie gesagt, zeitlich nur sehr, sehr eingeschränkt. Manche zwischen den Zeilen, manche auch ziemlich klar haben gesagt, das Projekt dümpelt seit zwei Jahren rum, da kann nichts bei rauskommen, warum sollten wir Zeit investieren. Die Symptome haben ganz klar gezeigt, dass die Leute nicht glauben, dass es hier zu einem Erfolg kommen kann. Die Konstellation, die wollte keiner auf sich nehmen, hier auch nur irgendwie Zeit zu investieren. Und genau das war der Punkt. Sie sehen es schon an meinem Bild, was ich eingeblendet habe. Ein Projekt kann ja nur erfolgreich werden, wenn ich ein sogenanntes Winning Team habe. Denn wer macht denn die Arbeit? Das Team macht die Arbeit. Nur wenn das Team gemeinsam an einem Strang zieht, zum gleichen Projektziel hin arbeitet, und das noch proaktiv und freiwillig, nur dann habe ich eine Chance, dass ich das umsetzen kann. So ein Projekt ist viel zu groß, als dass man je glauben könnte, der Projektleiter alleine könnte das machen. Ganz zu schweige denn mit irgendwelchen Drucksachen wie Peitschenmethode. Unmöglich. Aber die Symptome haben ganz klar gezeigt, wo der Kern liegt, dass die Leute eben einfach nicht an das Projekt glauben. Und genau hier kommen wir zu Schritt 2 in Schlüsseln, der Ursachenanalyse. Hier gehe ich in meiner Projektsteuerungsmethode ganz klar ein Raster durch, eine Checkliste durch, um zu analysieren, wo liegt die Ursache von diesen Symptomen, die ich jetzt in der Zusammenfassung kurz erzählt habe. Und die Ursache war hier ganz klar, dass ein Fundament gefehlt hat. Das heißt, ein Projektfundament, welches den Leuten klar zeigt, man arbeitet professionell für das Projekt, man kann es professionell aufbauen, um dann effektiv ein erfolgreiches Projekt umzusetzen. Genau wie ich das in meinem Kurs Projektstarturbo beschreibe. Also die Empfehlung ganz konkret an meinen Coaching-Kunden war, geh her und baue ein Fundament auf. Ein professionelles Projektfundament, wo jeder sieht, du machst das auf einem hohen Niveau, du weißt, was du tust und daraus kannst du die Leute für dein Projekt gewinnen. Und genau da bekommst du dann dein Winning-Projekt-Team her. Und genau diese Lösung hat dann auch mein Coaching-Kunde umgesetzt. Er ist hergegangen, hat das Grobziel genommen, hat die Detailziele definiert, Projektstrukturplan, Ganttplan, Tasks, hat alles erstellt, ist sukzessive zu den Menschen hingegangen, die benannt waren oder hat sich auch Ansprechpartner gesucht, Experten im Unternehmen, die gefehlt haben, hat denen das Projekt vorgestellt, hat gezeigt, was er bereits alles gemacht hat, wo es hingehen soll, wie er das Projekt weiter treiben wird, regelmäßige Meetings, wer alles dabei ist, angefangen von einem dementsprechenden Kick-Off mit dementsprechenden Fachexperten, wo auch wieder die verschiedenen Bereiche gesehen haben, A, B und C. Die machen alle mit, die schicken die Leute, die man dazu braucht. Ja, und auf einmal war das Fundament da. Auf einmal war das Projekt erfolgsversprechend. Zudem handelte es sich ja um neue Technologie, wo generell auch ein gewisses Interesse von den Fachexperten dabei war. Und genau das ist passiert. Die ersten Leute aus Bereich B, die am Anfang eben auch harsche Kritik an dem Projekt geübt haben, verständlich, unberechtigt aus meiner Sicht, haben dann gesehen, wie das professionelle Fundament, wie das aufgebaut wurde und das auf einmal wirklich die Aussicht auf einen Erfolg da war. Und genau da haben sie gesagt, ja, wir machen mit. Das Ergebnis. Das Winning Team hat genau das gemacht, was ich gerade beschrieben habe. Man hat ihn gemeinsam proaktiv und freiwillig in die richtige, in die gleiche Richtung gezogen und konnte dementsprechend auch die Ziele, die gesetzt worden sind, erreichen. Die Ziele wurden, ich habe es jetzt nicht im Detail besprochen, natürlich mit dem Team dann auch gemeinsam gefunden. Das Grobziel war klar, aber die ganze Definierung, messbare Detailziele zu finden, Primärziele, Sekundärziele zu setzen, das wurde natürlich dann gemeinsam auch in dem Team mit den Fachexperten, mit den Key Stakeholdern gemeinsam gemacht. Und diese Ziele wurden dann auch ganz klar erreicht. Schauen Sie einfach regelmäßig auf meinem Blog www.drmartinmos.com vorbei. Sie können mir auch gerne Rückmeldungen schreiben, ich bin ja auch neugierig. Haben Sie schon mal so eine ähnliche Situation gehabt? Was haben Sie gemacht? Schreiben Sie mir. Ich freue mich. Ihr Dr. Martin Moss und Sie können mir auch gerne Untertitelung des ZDF, 2020